Ja, liebe Leute, mir ist mal wieder langweilig und mit diesem Video möchte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn ich möchte sicherlich Ende des Jahres über die kommenden US-Wahlen sprechen, mal zur Abwechslung, weil es viel darüber zu sagen gibt und ich möchte, weil es viel Vorarbeit benötigt, mit diesem Video auch gleich mal ausprobieren, wie es bei meiner noch restlichen Zuschauerschaft überhaupt ankommen würde, wenn ich mal Politik in Angriff nehme, wovon ich mich ja jetzt eigentlich längste Zeit distanziert habe, ich habe eben gesagt, oh nee, Infotainment, keine ernsten Themen, die Leute irgendwie traurig oder betrübt machen könnten. Ich denke, es macht Leute schon traurig und betrübt genug, überhaupt die ganze Zeit mein Gesicht sehen zu müssen, deswegen muss man es ja nicht noch schlimmer machen. Insofern gehen wir das Ganze einfach mal durch. Wenn ich sage, warum sind die Amis so crazy, dann meine ich damit solche Stichpunkte, die in üblichen Diskussionen oder, was heißt Diskussionen, Gesprächen immer mal wieder auftauchen, das sind eben solche Punkte wie beispielsweise, wie kann das sein, dass Donald Trump jetzt Präsident, wie kann so einer Präsident sein, warum haben die Amerikaner kein Social Healthcare System, warum haben die nicht Universal Healthcare System wie wir und ähnliche Punkte, wie kann sowas sein und es dauert immer zu lange, den Leuten in einem normalen Gespräch zu eruieren, warum dem so ist, deswegen möchte ich dieses Video für die Zukunft dafür hernehmen und gebe Leuten einfach irgendwie einen QR-Code mit, den sie dann einscannen können, dann können sie sich erstmal 40 Minuten lang dieses Video anschauen, damit dann das Gespräch weitergeht. Diese Problematik, warum sind die Amis so, wie sie sind, letzten Endes und wie kann es sein, dass solche Persönlichkeiten wie ein Donald Trump tatsächlich zu einem der mächtigsten Männer der Welt erhoben wird, hat meiner Meinung nach zwei Aspekte, die jedoch komplett getrennt voneinander operieren. Das ist ein psychologischer Aspekt und das ist ein politischer Aspekt. Wie gesagt, die beiden haben eigentlich per se nichts miteinander zu tun, würde ich mal behaupten. Das dürfen dann Leute im Verlauf dieses Videos natürlich für sich selbst entscheiden. Ihr, liebe Zuschauer, habt jetzt die Wahl, live in diesem Video abzustimmen. Welcher dieser beiden Aspekte, nein, habt ihr natürlich nicht, es ist ein vorgefertigtes Video. Ich bin noch nicht im modernen Zeitalter des Livestreamings angekommen, liebe Leute. Deswegen ist es meiner Willkür überlassen, wo wir anfangen. Ich würde sagen, wir gehen mal den psychologischen Aspekt dieses Themas zuerst durch. Der psychologische Aspekt ist, und ich muss es leider hier ein bisschen weit ausholen, Leute werden sich jetzt längste Zeit fragen, was hat das mit Amerika zu tun? Es geht um Viktimisierung. Viktimisierung ist ein großes Thema der Psychologie. Die beschreibt nicht nur ein Opfer und dessen Verhalten an sich, sondern beschreibt eigentlich den ganzen Kosmos darum, wie Opfer-Täter-Beziehungen, gesellschaftliche Observation dieser Problematik und so weiter und so fort. Ich möchte es entschuldigen, dass ich nicht die spezifische Termini davon weiß. Ich behelfe mich jetzt halt mit so Hilfsbegrifflichkeiten. Aber was auf jeden Fall auch in der offiziellen Psychologie angekommen ist, ist das sogenannte Victim-Blaming. Falls Leute nicht wissen, was das ist, hier ein praktisches Beispiel. In Indien, das große Probleme hat mit Vergewaltigungen. Es gab da ja auch mal einen berühmten Fall. Es gab auch in Amerika einen sehr berühmten Fall, der eben genauso ablief, wie ich es jetzt besprechen werde. Blende ich hier bestenfalls ein. Wir haben ein Opfer, wir haben eine Frau, die wird vergewaltigt von einem oder mehreren Männern. Da gibt es nichts zu diskutieren. Möchte man meinen, wir haben einen Opfer und wir haben Täter. Und es gibt auch genügend Beweismaterial dafür, es gibt auch genügend Zeugen dafür. Eigentlich möchte man meinen, sollte alles klar sein, aber so ist es nicht. Weil wir alle sind ein bisschen crazy hier oben in der Birne. Und dadurch entsteht Victim-Blaming. Es ist es nämlich so, wenn du jetzt eine unschuldige Frau hast, die einfach so von Männern vergewaltigt wird, was impliziert das? Was impliziert das, liebe Zuhörer? Das impliziert, dass wir in einer kalten, grausamen, brutalen Welt leben, die keinen Scheiß um unsere kleine Gefühlswelt gibt. Und uns allen könnte sowas so gut wie jeden Tag passieren. Das ist ziemlich schwer zu verarbeiten für das Gehirn. Das ist für den Verstand schwer zu ertragen. Und daraus entsteht Victim-Blaming. Denn diese Leute, die das mental nicht durchstehen können, in so einer Welt zu leben, die müssen sich das irgendwie hindrehen. Dass wieder alles passt. Dass wieder alles unter Kontrolle ist. Dass alles wieder irgendwo einen Sinn ergibt. Das ist so eine der großen Gebiete der Psychologie. Alles muss einen Sinn ergeben. Und wenn das Opfer selbst schuld daran wäre, das sind so Talking Points, die ihr oftmals von eben indischen, zum Teil Staatsanwälten sogar, zu hören bekommt. Ja, sie war ja angezogen wie eine Schlampe. Was hat sie irgendwie um ein Uhr nachts in irgendeiner Bar zu suchen gehabt, voller Männer? Sie wollte doch gefickt werden. Das sind alles Talking Points, die aus, wie gesagt, diesem Victim-Blaming entstehen. Dadurch versuchen, diese Menschen damit klarzukommen. Oder sie versuchen, sich einzureden, nicht in dieser schlimmen Welt zu leben, in der sie eigentlich eben nun mal leben. Sondern sie versuchen, dem zu entfliehen. Versuchen, sich eine Welt zusammenzubasteln, wo das Opfer ja irgendwo selbst schuld daran wäre. Jetzt werden erneut, Leute werden jetzt vollkommen zu Recht sagen, was zum verfickten Henker hat das mit Amis zu tun. Das, liebe Leute, hat noch gar nichts mit Amis zu tun. Denn es gibt zum Victim-Blaming gibt es eine Kehrseite. Victim-Blaming ist von außen nach innen. Die Gesellschaft drückt dem Opfer etwas auf. Die Kommunikation ist von außen nach innen. Das Opfer kann jetzt aber auch eine Message nach außen transportieren. Von innen nach außen. Es gibt sicherlich, wie gesagt, einen Terminus dafür. Ich weiß ihn jetzt nicht. Ich nenne ihn gerne den What-Doesn't-Kill-Me-Makes-Me-Stronger-Effekt. Das ist erstmal in der Praxis erklärt. Wir haben jetzt... Es gibt auch ein super praktisches Beispiel dafür. Ein super praktisches Beispiel dafür ist... Kinder, die geschlagen werden von ihren Eltern. Sagen wir einfach willkürlich. Also die haben jetzt noch nicht mal irgendwas angeschrieben. Die werden halt einfach geschlagen. Einfach Zustand werden geschlagen. Leute haben das sicherlich schon in mehreren Medien-Outlets aufgegriffen. Dass solche Leute, also ehemalige Kinder, die geschlagen wurden, dann auch dazu tendieren, ihre eigenen Kinder zu schlagen. Das ist aus folgendem Grund. Das ist einer der Hauptpfeiler psychologischer Verarbeitung. Opfer dazu zu bringen... Ja, also wenn du zum Therapeuten oder so gehst, ist es meistens eine der standardisiertesten Aufgaben überhaupt. Ein Opfer dazu zu bringen, zu realisieren, dass es ein Opfer ist. Weil das ist schwer. Das ist schwer zu verarbeiten. Für viele Geister überhaupt nicht realisierbar. Was macht man stattdessen? Weil ein Opfer zu sein... Ja, du bist ausgeliefert. Du bist schwach. Sowas könnte dir vielleicht jederzeit wieder passieren. Weil du schwach bist. Da zerbricht der Verstand daran. Was macht er stattdessen? Er sagt... Nein, nein, nein. Ich bin nicht das Opfer. Das ist sogar gut, dass mir das passiert ist. Weil es hat mich stärker gemacht. Und da nur um diese Praxis jetzt zu erklären... Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Du warst das Opfer. Du warst schwach. Verarbeite es. Denn wenn nicht, musst du dein Leben lang mit dieser Lüge leben. Wenn du es nicht verarbeitest und mit dieser Lüge leben musst, dann kommen nämlich diese Leute, die dann vielleicht selber mal irgendwann Eltern werden, an diesen Bruchpunkt, wo sie dann selber ein Kind haben. Und dann müssen sie überlegen. Shit. Ich rede mir jetzt die ganze Zeit ein, dass es mich stärker gemacht hätte, geschlagen worden zu sein. Dann müsste ich ja praktisch auch mein Kind schlagen. Weil es war ja nichts Schlimmes. Und da stehen dann diese Leute vor einer Entscheidung. Das Wohl ihres Kindes oder diese Fantasiewelt aufrechterhalten. Die meisten entscheiden sich für Letzteres, weil es einfacher ist. Wie gesagt, erneut, das ist grundsätzliche Psychologie. Freud hat es damals schon, Freud hat damit schon Religion begründet gehabt damals. Sozusagen, dass der Tod ist. Sozusagen, ja, der Mensch braucht für schlimme Ereignisse einen transformativen Aspekt. Ja, aus etwas Schlechtem wird etwas Gutes geboren. Das braucht der Mensch. Der Tod ist das Schlimmste, was wir uns als selbstgewahres Tier und instinktives Tier überhaupt nur vorstellen können. Ja, oh Gott, der Tod, der Tod. Deswegen muss natürlich die größte aller Transformationen daraus geboren werden. Oh, wir kommen dann in den Himmel. Ja, wie gesagt, simple Psychologie, simple, wie gesagt, Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen. Und genauso ist es bei den Amis. Da ist es genauso. Amerika, meiner Meinung nach, und das ist der politische Aspekt, auf den wir noch kommen werden kann, überhaupt kaum noch als Demokratie überhaupt wahrgenommen werden, befindet sich im Endstadium Kapitalismus, der uns in Deutschland irgendwann auch mal erwarten wird, wenn sich nicht bald was ändert, meiner Meinung nach. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Den Leuten geht es echt scheiße. Einen Riesenhaufen Leuten geht es echt Riesenhaufen mäßig scheiße in Amerika. Ich sage immer, Amerika ist kein erster Weltstaat. Amerika ist in Wirklichkeit eine dritte Weltstaat mit einem Haufen Gucci-Bling-Bling dran. Und diese Leute werden jetzt 24-7 mit der gewaltigsten Propagandamaschine zugemüllt, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gesehen habe. Mit dieser Kool-Aid-Message, oh, Amerika ist das tollste Land ever und schau dir die Aktienkurse an und wir bringen welche der größten Firmen der Weltgeschichte raus und Amazon und Apple und Google und schau, wie viel diese Leute verdienen und schau, wie viel diese Superstars verdienen. Und ihr könnt euch den amerikanischen Traum verwirklichen, wenn ihr nur genügend Schweiß in eure Arbeit reinsteckt. Irgendwann bist du der Meinung, und ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, werde ich auch hier nochmal einblenden. Ich kenne es nur aus dem Volker-Pispas-Programm. Das große Problem dadurch ist auch, dass sich in Amerika nie eine Form von Proletariat bilden konnte. Das ist ja der Grund, warum Sozialismus in Amerika so verhasst ist. Als ich damals als Lenin aufgestiegen ist und Sozialismus ausgerufen hat, war das sofort sozusagen Antipropaganda in Amerika. Denn das würde ja Leute eventuell dazu animieren, doch mal über diese Gewerkschaftsscheiße nachzudenken. Nur um das mal zu versinnbildlichen. Es gibt Fälle, wo Walmart eine ganze Filiale plattgemacht hat und irgendwie 200 Meter wieder aufgebaut hat, weil in dieser einen Filiale tatsächlich sowas wie eine Gewerkschaft eventuell hochkam. Also es gibt nichts Toxischeres für die amerikanische Wirtschaft als Gewerkschaften oder Unions oder was auch immer. Das nur, um das mal von diesem Aspekt her auszuklären. Nein, wie gesagt, die Amis sind 24-7. dieser Propaganda ausgeliefert. Und jetzt stehen sie vor dem gleichen Problem wie dieser potenzielle Kinderschläger. Das exakt gleiche Problem. Wir nehmen jetzt mal unseren typischen amerikanischen Hillbilly mit seinen typischen Talking Points. Oh, Universal Healthcare, das ist ja alles Sozialismus und Sozialismus ist böse. So, jetzt geht es dem echt scheiße und der hat irgendwie Corona-Wenen oder was weiß ich und jetzt würde ihm Universal Healthcare helfen. Objektiv helfen. Weil er selber kann es sich nicht leisten. Für Leute, die das nicht wissen praktisch. Die Amis sind ja komplett gegen Taxes und so und haben also gigantische Premiums, so monatlich oder jährliche Zahlungen an ihre grauenhaften Krankenversicherungen. Deswegen gibt es etliche Amerikaner, die das bar aus eigener Tasche zahlen und die dann irgendwie ihr Haus verpfänden müssen, weil sie irgendwie 50.000 Dollar lassen müssen für ihre Krebsoperation. Nun, das ist auch mal so ein bisschen... So, wir haben jetzt diesen Typen. Dem wird jetzt Universal Healthcare angeboten. Gäbe es jetzt eigentlich gar keine... Braucht man gar nicht diskutieren, oder? Doch, da muss man diskutieren. Weil mentale Verarbeitung von Problemen hat nichts mit Logik zu tun, liebe Leute. Das ist ein eigenes wissenschaftliches Feld. Da kann man nicht einfach sagen, das ist objektiv besser oder schlechter. So funktioniert das nicht. Wir stellen uns diesen Mann jetzt vor. Oder Frau. Ich will ja niemanden benachteiligen. Ich will ja niemanden darin benachteiligen, dass ich ihm Ignoranz und Dummheit anrechne. Also dieser Mann oder diese... Wir stellen uns diese Person unbenannten Geschlechts jetzt mal vor. Und, ähm... Und, nee, ich ziehe jetzt der oder diejenige jetzt nicht durch. Der, es ist es und der. Steht es vor der Entscheidung? Wie schon dieser potenzielle Kinderschläger? Entweder... Ich behalte meine Fantasy-Welt und sage, Universal Healthcare ist schlimm. Das ist Sozialismus. Das ist das Schlimmste seit Hitler. Oder... Ich akzeptiere, dass Universal Healthcare doch was Gutes ist. Dass... Vielleicht Sozialismus irgendwo was Gutes sein kann. Und schon beginnt dieser Schneeball-Effekt. Denn dann müsste ich ja so viel mehr akzeptieren. Dann müsste ich ja so viel mehr hinterfragen. Meint ihr wirklich, dass der Verstand dieser Leute das physisch packt, ohne komplett auseinanderzubrechen? In der Regel ist es nicht so. In der Regel sagen die Leute, nee, ich bleib lieber in meiner kleinen Fantasy-Welt. Auch wenn mich das killt. Auch wenn mich das tötet. Und ich weiß es irgendwo in der hintersten Ecke meines Verstandes, dass es das tun wird. Ist das weniger schlimm, als zu realisieren, dass ich der ganzen Zeit Massenpropaganda ausgesetzt war. Und aufgesessen bin. Das nur so, wie gesagt, Viktimisierung, wieso Amerikaner gegen ihre eigenen Interessen wählen, um ihren kleinen Elfenbeinturm, ihren psychologischen Elfenbeinturm, aufrechterhalten zu können. Was eventuell weniger schmerzhaft ist, vermeintlich, in derer Leute Köpfe, als sich einzugestehen, hey, man sollte ja vielleicht doch mal was ändern. Amerika ist vielleicht nicht das tollste Land der Welt. Nur ganz, nur vielleicht, eventuell kann das sein. Und jetzt kommen wir zum politischen Aspekt. Nein, wir kommen, doch, wir kommen zum politischen Aspekt, das andere Amerika als Imperium der Welt, das möchte ich vielleicht hinten dran noch dran tackern. Wir kommen jetzt erst mal zu, wir kommen jetzt erst mal zum politischen Aspekt. Meine Prämisse ist, Amerika, und das ist interessanterweise auch irgendwo Kritik am britischen System, weil das amerikanische System hat sich ja eigentlich die Großteile des britischen Wahlsystems einfach abgekupfert. Ich meine jetzt nicht unbedingt Electoral College oder so, aber andere Aspekte, auf die wir gleich eingehen werden. Also das ist irgendwo, ich sage auch ein bisschen Kritik an den Briten. Aber hauptsächlich jetzt anderen Amis. Wie gesagt, meine Prämisse, Amerika ist keine Demokratie. Da werden jetzt natürlich alle Leute aufschreien, oh, bist du verrückt? Amerika ist doch, ist doch der gewaltsame, invasionäre, Exporteur, demokratischer, Werteverstellungen, Nummer eins. Wir gehen das jetzt einfach Punkt für Punkt durch. Was macht eine Demokratie aus? Das lässt sich an ganz konkreten Stichpunkten festmachen, okay? Viele Leute werden jetzt sagen, geheime Wahlen. Finde ich gar nicht. Weil das ist eher so ein, wie soll ich sagen, so ein DSGVO-Ding, dass es keiner erfahren darf, was du gewählt hast. Nehmen wir jetzt mal an, hier in Deutschland, was ich jetzt schon als Demokratie wahrnehmen würde, großzügigerweise. Würde ich jetzt schon als Demokratie betrachten und mein Gott, sagen wir, jeder wüsste jetzt, was der andere wählt. Wäre zwar scheiße, aber wären wir dann keine Demokratie mehr? Eigentlich schon. Und ich persönlich würde jetzt sagen, folgende drei Punkte, ja, ich habe mir das jetzt echt aufgeschrieben, damit ich es ja nicht vergesse. Diese folgenden drei Punkte, meiner Meinung nach, ja, Philosoph Dr. Hanak, diese drei Aspekte machen eine Demokratie aus. jeder kann wählen, ja, jeder Bürger des Landes kann wählen, jede Stimme zählt. Also wenn ich, wenn diese berechtigten Bürger ihre Stimmen abgegeben haben, dann verschwinden die nicht irgendwo im Lokus, sondern die werden alle brav gezählt und jede Stimme zählt gleich viel. Das ist ja das Tolle dann eben an der Demokratie. Also die Stimme von Jeff Bezos ist jetzt genauso viel wert, wie, wie, wie die seiner Kloputze. Ja, das würde ich sagen, sind es die drei Punkte einer Demokratie und nichts davon trifft auf Amerika zu. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen das alles Punkt für Punkt durch. Keine Sorge, ich lasse das nicht einfach so stehen. Wir gehen das Punkt für Punkt durch. Jeder kann wählen. Nein. In Amerika kann nicht jeder wählen. Das ist ein Umstand, dessen sich viele Europäer nicht bewusst sind. Die Amis haben keinen Personalausweis. Das ist kein Muss. Dass du dich in deinem County registrieren musst und eine ID ausgestellt bekommst, das ist kein Muss. Es ist sogar eher, die wenigeren Leute machen das. Vor allem so in Texas und so. Ja, eher so in den Rural-Gebieten und so. Viele jetzt fragen natürlich doch, wie geht es, wenn dich jetzt die Polizei anhält? Ja, dann hält halt irgendwie dein Führerschein als Ausweis her oder irgendwelche anderen Dokumente. Es kann sogar sein, dass die Bullen dir das nicht abkaufen, dass du der und der bist und da und da wohnst. Dann fahren die mit dir praktisch zurück zu deinem Haus, wo du dann Dokumente ausweisen musst, dass du wirklich der und der bist, weil du keine ID-Card hast. Und du kannst halt nun mal nur wählen in Amerika, wenn du dich auch fürs Wählen registriert hast. Deswegen ist es so, das nennt sich dann halt Voter Suppression, vor allem in so Gebieten, wo viele ärmere schwarze Communities vorhanden sind. Da werden diese Leute dann getriezt mit, ja, sie müssen jetzt sozusagen Geburtszertifikat und irgendwie Ahnenbaum vorweisen und so, dass sie auch wirklich da leben und wirklich berechtigt sind, in diesem Land wählen zu können, in diesem County wählen zu können, weil, ja, der weiße Typ dahinter am Counter, der glaubt es denen halt nicht, gell, was für ein Zufall. Und, äh, in den meisten Fällen ist es auch zufällig ein Republikaner. Ha, so viele komische Zufälle. Das ist schon seltsam, wie die Welt manchmal funktioniert, nicht wahr? Das ist wie so Sachen zusammenkommen. Ähm, also nicht jeder kann wählen in Amerika. Nicht jeder kann das. Und, äh, weil sie keine ID-Card haben äh, und weil sie sich aufgrund dessen nicht registrieren lassen können, weil ihnen praktisch das County nicht abkauft, dass sie wirklich hier leben und dass sie wirklich berechtigt sind zu wählen. Und die können dann einfach nicht wählen. Punkt Nummer 1. Jede Stimme zählt. Nein. Nein. Selbst wenn du dich hast registrieren lassen, oder eine gewisse Form von automatischen Registrationen, seitens, wie gesagt, der County-Listen und so weiter, ähm, wenn du da drauf bist, es kann sein, dass dann sogenanntes Cross-Checking zum Einsatz kommt. Da würde ich an dieser Stelle einen John-Oliver-Beitrag empfehlen, dass ich erkläre jetzt nicht extra, was Cross-Checking ist, weil das wird nochmal 10 Minuten dauern. Hier ist der springende Punkt. Es kann sein, dass sich diese Counties durch einen komplett automatisierten, komplett schwachsinnigen Prozess einfach aus den Listen rausgeschmissen haben und dann stehst du an dem Tag, und das teilt dir auch kein Schwein mit, und du stehst dann am Tag X zur Wahl da und dann, nein, sie sind nicht auf der Liste. Oder jemand, der, darum geht's hauptsächlich im Cross-Checking, jeder, der genau, der exakt genauso hieß wie sie, mit Mitteln, Namen und allem, der ist schon wählen gegangen, also müssen wir davon ausgehen, dass auch sie schon wählen gegangen sind. Also nicht jede Stimme zählt. Stimmen werden zum Teil einfach gecancelt. Punkt Nummer 3. Jede Stimme zählt gleich viel. Stimmt nicht. Und das kommt von dem Winner-Takes-It-All-System, was auch gleichzeitig dazu aufruft, was eigentlich praktisch, wie soll ich sagen, das eingepflegt hat in Amerika und bis zu gewissen Teilen auch in Britannien, dass nur zwei Parteien existieren können. Denn das Winner-Takes-It-All-System, sei es jetzt für den Präsidenten, sei es jetzt für Gouverneure, sei es für Senatoren, wie es jetzt bei House Members Representatives ist, weiß ich jetzt gerade nicht, aber zumindest bei den anderen genannten, der, der über 50% kriegt, gewinnt. So, jetzt stellt euch das mit drei Parteien vor, dann werden sich vermutlich drei zerstreiten. Das ist ja gerade, worüber jetzt Bernie Sanders und so zu diskutieren haben, wäre es nicht besser gewesen, eine dritte Partei aufzumachen, da ist dann die Gefahr, die beiden eher linksgerichteten, die Demokraten sind nicht linksgerichtet, was für ein Joke, aber wie gesagt, die vermeintlich linksgerichteten Parteien kannibalisieren sich dann gegenseitig, während dann die Republikaner nur noch gewinnen. Winner-Takes-It-All-System, 51%, du gewinnst, da kommen dann so Geschichten wie Gerrymandering dazu, wie gesagt, erneut auch hier John-Oliver, ich verlinke euch das alles unten, diese John-Oliver-Sachen, dann kannst du selber das euch nochmal geben. Der springende Punkt ist, wenn du jetzt einen Staat hast, wie New York, ich glaube 80% blau, also Democrats oder so, dann ist es egal, es ist irrelevant, vor allem bei der Präsidentschaftswahl, ob jetzt ein Staat zu 51% einen Präsidenten wählt oder zu 99%. Egal. Winner-Takes-It-All, alles, was zählt, ist über 50%. Alles andere, vollkommen scheißegal. Da kommt natürlich jetzt das Problem, dass sich eben progressive Leute mehr in Städten tummeln und du, wie gesagt, und du die diversere Leute, wie jetzt beispielsweise in Michigan oder Florida oder so hast, wo es dann eben schwieriger ist, wo sie immer an dieser 50%-Marke sind und da kommt das Electoral College ins Spiel und sollten wir nicht den Popular Vote gelten lassen. Das ist jetzt alles erstmal egal, würde ich persönlich frecherweise sagen. Es geht einfach darum, dass in New York ist es vollkommen egal, weil du lebst in einem Staat, der eh zu 80% Democrats fällt. Es ist praktisch fast irrelevant. Deine Stimme im Großen und Ganzen ist fast irrelevant. Während in eben Michigan oder ähnlichen, mir fällt jetzt sonst gerade nichts ein, was wir sonst dann noch so haben, Florida, wie gesagt, Florida ist einer der größten und wichtigsten, der immer um diese 50%-Marke eben rumgurkt und da ist dann technisch gesehen deine Stimme, dadurch, dass es so knapp ist, dadurch, dass es so umkämpft ist, ist deine Stimme praktisch mindestens viermal so viel wert, wie als jemand, der in New York lebt. Ist es fair? Ist es demokratisch? Ich würde jetzt mal sagen, nein. Was ist es dann? Ich weiß es nicht. Aber es ist keine Demokratie. Wir könnten jetzt verschiedene Fässer aufmachen, dadurch, dass sich Kandidaten und ihre Campaigns nicht aus oder nur zu gewissem gerade aus einem politischen Topf glauben dürfen und die alles durch Spenden von irgendwelchen Milliardären organisieren müssen, könnte man argumentieren, es ist eine Oligarchie. Das ist mein Take. Es ist keine Demokratie, es ist eine Oligarchie. Oder eine, oder eine, was ist der alternative Ausdruck dafür, also eine, eine Polykratie, wenn man es denn jetzt so nennen will. Ein paar wenige haben überhaupt nur die Möglichkeit mitzumischen in diesem System und der Rest, der Rest guckt in die Röhre. So, das war es jetzt eigentlich. Ich möchte noch so einen allgemeinen Take am Ende aufmachen. Amerika als das derzeitige Imperium. Warum, warum beschäftige ich mich überhaupt mit so einem Scheiß? Einfach aufgrund dessen, weil Amerika das derzeitige Imperium ist. Und aufgrund dessen ist es sehr, sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen. Woran erkenne ich ein Imperium? Das erkenne ich einmal daran, dass wir die Leitwährung American Dollar haben, liebe Leute. Das sollte schon mal so ein kleiner Indikator sein. Ein anderer Faktor, woran erkenne ich das derzeitige Imperium, sind die Flugzeugträger, die ein Land hat. Das ist so ein netter Spruch, den ich immer gerne bringe. Das hätte ich vielleicht vorher googeln sollen. Ich mache es jetzt gerade. Worldwide Scheiße, was ist Flugzeugträger auf Englisch? Aircraft Carrier nehme ich an. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Nur so zum Vergleich. Ja, die Amerikaner haben elf. Ich glaube auch elf Aktive. Die Chinesen haben zwei. Das sind die nächsten wohlgemerkt. Die Amis haben elf. Als nächstes kommen die Chinesen, die haben zwei. Und ich glaube einer ist kaputt. Und die Russen haben einen. Der große Feind der USA. Ah, die Russen. Ein Flugzeugträger. Und Truppen, russische Truppen auf der ganzen Welt präsent. Not. wie gesagt, das große Problem an Amerika ist, es leidet mittlerweile an den typischen Systemen. Es leidet an den, nein, das cutte ich nicht raus. Ich will das Video nicht cutten. Alles bleibt drin hier. Jeder Versprecher bleibt drin. Es hat die typischen Symptome. Amerika hat momentan die typischen Symptome eines fallenden Imperiums. Dazu gehören zwei Aspekte. Ein eher älterer, ein eher neumodischer. Der neumodische ist, die rattenverlassende sinkende Schiff. Die obersten 1% Amerikas versuchen, so viel Blut wie möglich noch aus diesem Failing System raus zu quetschen und sich einzuverleiben und werden sich dann in irgendwelche Offshore-Paradiese absetzen. Das sehen wir jetzt momentan in Amerika aufgrund dieser grauenhaften Stimulus-Packages, die übrigens von Republikanern und Demokraten gleichermaßen durchbestätigt wurden, nicht wahr? Ja, Billionen von Dollar an die obersten 1% und die untersten kriegen vielleicht 1200 Dollar. Großzügig, großzügig, ich weiß. Ja, das ist schon mal so Punkt Nummer 1, die da oben wissen, wo die Reise hingeht und versuchen praktisch noch zu viel zu Grabräubern aus diesem System, wie nur irgendwie geht, bevor alles komplett versagt, Punkt Nummer 1. Aber Punkt Nummer 2, woran auch schon das römische Imperium letzten Endes, wo es letzten Endes versagt hat, woran es letzten Endes zerbrochen ist, ist zu große Expansion und das Problem haben jetzt auch die Amis. Die Amis sind in so vielen Ländern mit so vielen Truppen Stärken und so vielen Interventionskriegen Irak präsent und aktiv, das kostet Geld. Woher kriegst du dieses Geld? Na, früher hast du das Geld dadurch gekriegt, dass du natürlich andere Länder überfallen hast, die hatten dann Bodenschätze, die hatten dann Nahrungsmittel, die hatten Kühe, Schweine, Land, das du irgendwie für dich besetzen konntest, so funktioniert das heute natürlich nicht mehr. Das Geld, die heutige Billionen, die in dieses amerikanische Militärsystem gesteckt werden, die werden natürlich vom eigentlich nicht existenten Sozialsystem abgekappt. Und das sind halt die Entscheidungen, amerikanische Politiker in der heutigen Zeit treffen. Es ist einfach, was ist wichtiger? Unsere militärische Präsenz? Oder dass es den Leuten in unserem Land vielleicht mal ein bisschen besser geht? Ihr alle wisst, welche Entscheidungen da getroffen werden, das brauche ich jetzt nicht kommentieren. Und aufgrund dessen finde ich die kommende Wahl so wichtig. Weil es ist eine Katastrophe. Ich meine, wir haben jetzt zwei senile alte Typen, der eine Joe Biden ein bisschen seniler als der andere die eigentlich nur noch unter irgendwelchen vermeintlichen Drogen oder anderen Psychopharmaka Hilfsmitteln operieren können. Beide befummeln vor laufender Kamera irgendwelche unschuldigen unbedachten Frauen Rape Allegations für beide. Das wird das wird die geilste Shitshow ever. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin so gespannt und eventuell werde ich wie gesagt erneut falls das Video jetzt gut ankommt oder was auch immer eventuell werde ich dann auch noch mal über Bernie Sanders kolossales Versagen reden. Es ist wirklich einfach nur traurig enttäuschend und wut entflammend was für einen grauenhaften Job Bernie Sanders abgeliefert hat. als jemand der den Typen eigentlich echt ganz cool fand und ihn jetzt auch grundsätzlich unterstützt hätte. Kann ich natürlich nicht als Ausländer. Du darfst natürlich keinen amerikanischen Politikern Spenden geben als Europäer. aber im Geiste hätte ich ihn gerne unterstützt aber was er und solche ich sag jetzt mal Mental Brethren wie jetzt AOC und so abgeliefert haben es ist echt beschämend und es zeigt einfach dass dieses wir meutern jetzt die Democratic Party von innen heraus ist ein Witz es ist ein Witz und es wird immer ein Witz bleiben das Land ist einfach gefickt es ist ich sehe keine Möglichkeit aus diesem Bullshit irgendwie rauszukommen und deswegen bin ich so gespannt auf die nächste amerikanische Wahl weil ich werde eine Wette ablegen meine Wette ist Donald Trump gewinnt wieder ist meine Wette ich weiß noch nicht was der Wetteinsatz sein wird aber ich bin zumindest jetzt im Moment drauf und dran Donald Trump gewinnt wieder weil ich kann mir nicht vorstellen dass es Joe Biden packen wird ich kann es mir nicht vorstellen aber wie gesagt wir wissen ja noch nicht wer sein Vice President sein wird vielleicht haben wir Backdoor Hillary ja sozusagen Hillary Clinton ist Vice President dann ist Joe Biden im Amt und nach zwei Tagen sagt er nö ich mag jetzt nicht mehr es gibt noch so viele Möglichkeiten aber wie gesagt dieses Video wollte ich grundsätzlich einfach nur abgehalten haben um diese Vorarbeit zu leisten und um zu schauen ob Leute an so einem Content interessiert sind es hat mich jetzt ja das war's liebe Leute Video ist aus wir haben wir haben fertig